Gleich! Willkommen bei den Lauts! Verpasse nicht die neuen Folgen von SideHustle! Nächsten Samstag und Sonntag, 12.30 Uhr, nur bei Nickelodeon! Jetzt geht's zur Sache, Freunde! Yeah! Au! Also, let's rock! Für alle Kleinen! Für alle Großen! Abwarten! Liederbeter! Für alle, die's spannend lieben! Frette Explosion und weißes Konfetti! Für alle, die vom Lachen nicht genug kriegen! Nick bringt Filme für die ganze Familie zu euch aufs Sofa! Die Film-Highlights im Mai! Das Nickelodeon-Sofakino! Jeden Freitag und Samstag um 20.15 Uhr, nur bei Nickelodeon! Im Sofa-Kilo wartet ein schwammiges Film-Highlight auf euch! Mr. Krabs findet mich zu kindisch! Denn Spongebob-Schwammkopf zeigt... Mr. Krabs hat meine Krone gestohlen! ...wie aus einem kleinen Schwamm! Würdet ihr Mr. Krabs am Leben lassen, wenn ich euch die Krone zurückbringe? Ein großer Film-Star wird! Werde zu Männer, du heilige Makrele! Du hast einen Schnautschbaum! Spongebob-Schwammkopf, der Film! Nächste Woche Samstag um 20.15 Uhr! Public-Kelodeon! Werbung! Wenn das Ende der Welt droht... Jemand hat nämlich vor, sie zu vernichten! ...und alles in Flammen steht... So viel Feuer hat noch nie einer gesehen, oder? ...kann nur ein Avatar... Das ist ja arm! Er ist wieder da! Korra? ...den Frieden wiederherstellen! Er ist eindeutig ein meistergeschickter Manöver! Du hast keine Ahnung, wo es hingeht, oder? Soweit ich weiß, ist Wasser in der Nähe! Dann dürften wir ja schon ganz nah sein! Avatar! Jetzt! Auf Pluto TV! Werbung Ende! Immer sprinten durch das Haus Nichts als Mädels welcher Graus Auch wenn zwar die Zeit ist echt knapp Wäsche, Berg, ich bin bereit Windeln schtinken meiden weit Für den Jungen gar kein Problem Ihr werdet sehen Bei den Laufs, bei den Laufs Hin und her, drück und schieb Mein ich hab dich lieb Bei den Laufs, bei den Laufs